Hallo Hallo Hallo, guten Tag, mein Name ist im Hause Daydreams, bin ich mit dem Herrn Dorian Fröhlich verbunden Ja, der ist am Telefon, wer sind Sie? Ich bin aus dem Hause Daydreams, die Tagträume herr Fröhlich, und rufe an, weil sie sich für Urlaub in Deutschland und Europa zu günstigeren Bereichen interessieren Okay Genau, da ist Daydreams dafür seit 20 Jahren zuständig, und gibt es denn da eine Spezialregion in Europa, wo Sie gerne mal Urlaub machen möchten, oder mal wieder hinreisen möchten, wo es Ihnen besonders gut gefallen hat? Ganz Europa? Ja Oh, ich wollte schon immer mal nach Bulgarien, da sollen die Strände so toll sein Das stimmt, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, da unten, das ist echt wunderschön Oh, waren Sie da schon mal? In Bulgarien selber nicht, aber in Kroatien Aber das ist ja fast das Gleiche Richtig, genau, also wenn Sie Karibik-Feeling haben wollen, fahren wir dahin Das sind so kristallblaues Wasser, finden Sie eigentlich sonst nur in der Karibik Ich bin letztes Jahr erst auf der Insel Rad gewesen in Kroatien, und ich war in der Kristallbucht, und der Name ist Programm Oh, das ist ja kahl Ja, man sieht auch mal wieder wirklich die Fische, man sieht das Leben im Wasser Ach, das ist mir ja egal, ich will ja nur schlafen Ja, genau, also das könnte man hier mitmachen Und gibt es noch was anderes außer Bulgarien, wo Sie sagen, dass wir hinwollen, was ist Schottland, Irland, Spanien, die Inseln, Sizilien, so Italien Ist Schottland nicht aus Europa ausgetreten? War da nicht was? Ähm, wir reden vom Geografischen nicht, von der EU, das ist ein Unterschied Ach so, also kann man da noch hin? Ja, natürlich Weil das ist ja, da ist ja auch so, die Landschaft ist da ja so geil Ja Und die ganzen Typen mit den Röcken Richtig, mit den Kills, das ist richtig Ja, das wäre auch, das ist gut, dass Sie das sagen, da hätte ich ja auch drauf kommen können Genau Starke Männer mit Röcken sind toll Das stimmt, ich finde das auch toll, das ist eine tolle Kultur Die sind lebensfroh und man kann auf jeden Fall eine Menge lernen Und die Landschaft, wie Sie schon sagen, ist atemberaubend, ne? Sind die lebensfroh? Ich habe immer gehört, dass die Schotten so grießgrämig sein sollen Vielleicht ist das ja, weil es denen unter dem Röckchen so zieht Mag sein, aber es ist wirklich ein angenehmes Volk Und ich sage mal, selbst die Benelux-Staaten sind auch wunderschön Was ist das denn? Benelux, na, Luxemburg, Belgien, Niederlande Das ist ja die Abkürzung, die Benelux-Staaten, genau Ne, dann doch lieber Schottland Oder tragen die da auch Röcke in Benelux? Ne, also die Kills stammen wirklich nur aus Schottland Die werden nur dort getragen Stimmt das, dass die da nichts drunter tragen? Das ist richtig Oh, cool Mhm Finde ich gut Darf man das als Fremder da auch tragen oder dürfen das nur Einheimische machen? Nein, das können sie auch tragen, da passen sie sich ja der Kultur an Ja, nicht, dass die mich dann durchs Dorf jagen Warum? Wenn sie angemessen gebleiben sind, also nicht nur mit dem Kild, sondern auch mit dem Hemd und der Tasche Dudelsack, naja, ob sie das spielen können, ist noch die andere Frage Vielleicht kann mir da ja jemand zeigen, wie man mit dem Dudelsack umgeht Sehen Sie, gibt es nämlich auch vor Ort Ich finde, die Musik ist ja auch so toll und Säcke allgemein Das ist, es reicht so weit zurück, das Ganze Richtig, genau Kriege ich dann auch so ein Zweihandschwert Das vor Ort können sie sich bestimmt irgendwo ausleihen, wenn sie da in Burgen oder sich die Kultur näher anschauen, die Geschichte Ob sie da eins bekommen Ja, also das müssen sie dann selber entscheiden, wie sie das machen, Herr Fröhlich Das ist kein Thema Kann man da auch ans Wasser oder ist da alles so hohe Klippen, oder? Ja, Klippen sind schon, es gibt aber auch Flachland in Schottland Man muss aber dazu sagen, es ist eine raue See, es ist etwas kühler, natürlich im Sommer ist es da auch etwas wärmer Aber es ist halt sehr kühl, das Gefilde da oben Vielleicht werden im Sommer die Kils ja noch kürzer Sie meinen, als Mini-Kils? Ja Das war, nee, die haben so wirklich knielang mit den Strümpfen, das ist bei denen so Dafür tragen die ja dann, die tragen ja eben nichts drunter, kommt ja auch ein laues Lüftchen ran, ne? Ja, wie kommt man eigentlich auf die Idee? Ja, gut, es ist bestimmt gesund Weil man sagt ja immer Boxer-Shorts und Unterhosen, dass sie da was abklemmen können Und dass das Krebs verursacht Ja, und man kann Zeugungsunfähig davon werden Ich dachte immer, dass die Ägypter so mit dem Medizinkram so toll waren Aber die Schotten, die haben ja das Wichtigste überhaupt entdeckt Richtig Einfach baumeln lassen Das ist, finde ich, ist eine gute Philosophie Ist hierzulande immer nur schwierig, da wird man immer gleich verhaftet Ja, da sind wir leider etwas brüde, das stimmt, weil wir halt diese Kultur bei uns nicht verwurzelt haben Hätten wir das auch bei uns verwurzelt, ne? Wären die Kelten halt noch ein bisschen näher bei uns reingegangen Dann wäre das vielleicht ganz anders Dann sind da ja im Prinzip die Römer dran schuld, dass ich nicht nackig rumlaufen darf Weil die das ja erobert haben Ja, richtig Die Römer sind schuld Es sind immer die Römer, das hat schon Asterix gesagt Ja, da hat er recht gehabt Vielleicht ist das jetzt auch nur die Beeinflussung, weil ich das früher immer vorgelesen gekriegt habe Aber ich konnte die Römer noch nie leiden Ja, war ein eigenwilliges Volk Aber auf der anderen Seite Aber die hatten ja auch sowas wie Röcke Die hatten so tolle Kleider Das waren die Togas, genau Richtig Genau Und die Römer haben ja auch eine Menge erfunden Das Äquadukt Ohne die Äquadukte hätten wir keine Wasserleitung heutzutage, ne? Das ist wohl richtig So hat alles Vor- und Nachteile Richtig, genau Es fliegt sich alles auf Ja, das Kolosseum in Rom zum Beispiel Ist ja auch wunderschön, ne? Das ist auch eine tolle Erfindung Da sind so viele zigtausend Leute drin gestorben Ich finde das toll Das finden Sie toll? Nein, das war ironisch Okay Nein, ich meine Sie sagen, wer hat vorher Erfindung Und dann kommt das Kolosseum Komm, wir lassen ein paar Leute von Tigern zerfetzen Nein, nein, nein Herr Fröhlich Ich meine das Gebäude an sich Die Architektur Nicht, was da passiert ist Genau, ne? Für die damalige Zeit Sehr wie bei den Ägyptern, ne? Wer konnte die Pyramiden hochziehen? Ja, die am Sklaven Ja Und die sind ja dann aber Gott sei Dank übers Meer Und sind ja dann hier rübergekommen Und damit wurde das Judentum gegründet Bis auf die, die sie angemauert haben in der Pyramide Ja, das ist halt so, ne? Die versuchen ja heute noch rauszukommen Aber hat ja noch keiner den Eingang gefunden Das ist richtig, ne? Weil es ja auch von den Plänen her sehr verwinkelt mit vielen Fallen ist Das ist richtig Das ist richtig Oh, ich hatte mal so eine Pyramide von Lego Wir hatten das Spiel Da gab es so Lego-Spiele mit einer Pyramide So ein Breitspiel? Ja, aber komplett aus Lego Oh, das ist ja toll Ja Das will ich auch haben Können sie online bestellen Müssen wir mal gucken So nach Lego-Spiele direkt Und dann geben sie Ramses mit ein Und dann kommt das dann auch Oh, und was muss man da machen? Ähm, sie müssen quasi würfeln Das ist schon ein Würfelspiel Nur mit Lego-Spiele Und sie müssen quasi ihr Männle an die Pyramide hochbringen Und haben natürlich dann auch Fallen, ne? Oh, da habe ich neulich ein Video gesehen Da wollte einer Wo wir von hochgehen sagen Da wollte einer auf die Cheops-Pyramide hoch Ja Als der dann wieder runterkam Sind ihm die Kameltreiber mit den Reitgärten hinterher Und haben den geschlagen Ja, weil es verboten ist Ja, es hat bestimmt schön weh getan Das mag sein Das ist richtig Aber es ist verboten Die Pyramiden hochzusteigen Weil es eben empfindlich ist Die stehen ja nun schon viele Jahrtausende Und es ist einfach ein Weltkulturerbe Und es verfällt halt leider Weil die Wüste Die Sahara weidet sich ja immer weiter aus Sie nimmt ja immer mehr Städte und Landschaften ein Und durch die ganzen Winde Schleift sich Sandsteine ab Es ist auch gefährlich, das hochzuklettern Oh, aber wenn man dann hinterher mit der Reitgärte geschlagen wird Lohnt sich das ja Kommt drauf auf die Reitgärte an Richtig Was haben Sie denn da für bevorzugte Modelle? An sich in der Hinsicht keine Ich habe andere Vorzüge Wie zum Beispiel Liebesschaukeln in die Richtung Oh, das ist toll Sowas habe ich mir auch schon mal überlegt Taugt das was? Das taugt was Allerdings müssen Sie da mindestens in den Decke Ein 16 Millimeter Loch bohren Mit einem Haken, der mindestens 80 Kilo oder 100 Kilo aushält Sonst klatschen Sie mit der Schaukel nach unten Also da muss man schon richtig Eine Verankerung auch in der Decke schaffen Ah, ich glaube das wird nichts Wir haben hier so dämliche Hohlraumdecken Wir haben schon Hohlraumdübel schon gebraucht Für die scheiß Lampe Ja, nee, dann bringt das leider nichts Wir haben halt Stahlbeton bei uns Von daher geht das dann, ja Oh man, dann muss ich Irgendwann will ich sowieso mal umziehen Dann wird das das Hauptkriterium Sehnt sich da gedecken Und ich will einen Pool im Keller Einen Pool im Keller? Ja Das ist natürlich auch nicht schlecht Weil es stimmt aber auch Es ist immer so dreckig und teuer Ja, das stimmt allerdings Das stimmt Aber Pool im Keller müssen Sie auch aufpassen Dass alles gut isoliert ist und belüftet Sie lüften können, dass Sie dann keinen Schimmel haben Weil das wäre dann auch wieder doof Dafür gibt es ja Firmen Ich kann sowas ja nicht Ja, das ist richtig Das sollte man immer alles halt so bedenken Das ist richtig Dass man das dann auch regelmäßig Ja, genau Sonst klappt das ja Da hat man ja nicht lange was vorn Richtig, ne? Und hat dann im Nachhinein so viele Kosten Wo man sich eigentlich sagt Okay, dann hätte ich mir die Dach auch sparen können Ja, das muss man halt alles bedenken Aber Pool im Keller ist das Tolle Ja, vielleicht klappt das ja Ja, vielleicht noch so mit einer Mosaikdecke oder so Wo irgendwas drin noch schön verarbeitet ist oder so Das ist auch nicht schlecht Ich würde ja sagen, wir könnten Oder man könnte das Die Römer haben ja auch so tolle Bäder gehabt Aber wegen den Römern darf ich ja nicht nackt rumlaufen Also werde ich das nicht im römischen Stil halten Ich stelle mir da einen Schotten hin Ja, sehen Sie? Die nebenbei jetzt Dudelsack plagen Richtig Super Das kann man jetzt zweideutig verstehen Ich weiß Die haben ja aber auch noch Ja Gut Wir verstehen uns Ja, die haben ja auch noch die Langhörner Kennen Sie die? Ja, die kenne ich Die sind ja über 15 Meter lang Genau Also waren das nicht die Schweizer mit ihren Alphörnern? Das ist ein Alphorn Es gibt aber noch das Langhorn Das kommt aus Schottsand Ist das so? Ja Aber ich habe einen Kumpel, der kann Alphorn spielen Oh, Wahnsinn Ja Da braucht man aber eine ganz schöne Puste, oder? Ja, das ist Wahnsinn Der übt auch immer Wahnsinn Also ich glaube, unser eins, wer da reinpusten würde Da würde nicht mal ein Piep rauskommen, oder? Nee Haben Sie das mal probiert? Nee, ich habe da zu Angst vor Die sind mir zu groß Mehr als reinpusten und unten gehören Ob was rauskommt, kann auch nicht passieren Naja, wer weiß Vielleicht sitzen da Frösche drin Nee, dann haben Sie mal einen Froschregen Ist doch einer der Plagen aus Ägypten Das war auch nicht schlecht Danach kommt immer Regen Ja Das ist ja voll philosophisch heute Ja, ne Ist angenehm Das ist richtig toll Welche Geschichts-Ära sind wir denn jetzt noch nicht durchgegangen? Ähm Die Griechen Stimmt Ich finde Achilles voll heiß Achilles? Ja? Ja Mit seiner Sehne? Naja, die ist mir ja egal Der Rest sieht gut aus Ja Ja, das stimmt Und das Gute ist, wenn 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 Wie hieß er denn nochmal? Der ihm die Sehne kaputt geschossen hat Ach, ich komme jetzt nicht drauf Ähm Irgendwas mit O Moment Paris Paris Der Prinz von Troja Das ist ja Du weißt du Wenn der dem die Sehne weggeschossen hat Da kann der ja nicht mehr von mir weglaufen Sehen Sie Das ist so ein leichtes Ziel Das stimmt allerdings Das ist richtig Dann mache ich den richtig fertig Ja Aber überlegen Sie mal Achilles Szene Daher kommt das alles Bis heute übernommen wurde Weil das meiste von der Medizin Kommt ja aus dem Griechischen Richtig Die waren da ja ganz schick die Jungs Richtig Richtig, genau Die haben auch eine Menge erfunden Was heute mit übernommen wurde Was viele gar nicht wissen Oder einfach als selbstverständlich hinnehmen Anstatt mal drüber nachzudenken Wo kommt denn eigentlich alles her? Wo hat es denn seinen Ursprung? Ja, wo andere sich noch die Füße abgehackt Und sich Blutegel ins Auge gedrückt haben Richtig Und die schon operieren können Richtig, genau Genau, ne Das stimmt Obwohl Blutegel ja heute teilweise auch noch eingesetzt werden Das wird so ziemlich alles heute noch eingesetzt Die Frage ist halt, ob das sinnvoll ist Ja, ich sag mal außer Fuß abpacken Und steinigen Das wurde so ein bisschen abgeschafft Ja, teilweise Auch in gewissen Kulturen Ja, genau In gewissen Kulturen wird das steinigen auch noch gemacht Und das Hände abpacken auch Ja Das stimmt Im Christentum war das ja auch eine Zeit lang noch Und das haben sie ja dann Gott sei Dank auch abgeschafft Und das wird ja jetzt bloß noch im Islam gemacht Ja, richtig Das ist auch eine scheiß Sache Stell ich mir scheiße vor Ja Das ist halt eine Glaubensrichtung Ja Ich glaube dran, dass ich Leuten mit Steinen den Schädel einschlage Juhu Ja Also Jeder soll glauben Was man denkt Eben, solange ich da nichts mit zu tun haben muss Ja, genau Soll mir das völlig egal sein Genau Dann gucke ich mir doch lieber ein paar hübsche Schotten an Warten Sie am besten mit dem Spiegel auf den Schuh, oder? Ich wollte jetzt gerade so was ähnliches sagen Ich habe hier nämlich Ich habe hier nämlich zum Basteln am Auto Habe ich so einen kleinen Spiegel mit so einer Teleskopstange Ja Dass man da drunter gucken kann Ich glaube, den nehme ich nicht Aber wahrscheinlich ist das Bei uns darf man ja keine gefährdeten Tiere und so einführen Und wahrscheinlich darf man in Schottland dann solche Spiegel nicht einführen Da können Sie ja vorher mal auf der Internetseite Auswärtiges Amt von Deutschland gucken Da können Sie alle Länder einsehen, was so Gepflogenheiten sind, was man darf und was man nicht darf Auch Vollsachen sind dabei Da können Sie ja gerne mal nachschauen, was so erlaubt ist Aber Also ich kenne das halt Ich könnte ja auch direkt da nachfragen Aber das kommt wahrscheinlich komisch Dann wissen die ja, was ich vorhabe Richtig Deswegen gebe ich Ihnen ja die Internetseite Das Auswärtige Amt Da können Sie gerne nachschauen Das ist kein Thema Aber die Jungs haben das bei uns früher in der Schule immer gemacht Die haben sich dann echt die Spiegel auf den Fuß geklebt Und sind dann den Mädels mit den Röcken hinterher gerannt Oh Und? Habt ihr die dann fertig gemacht? Ich hatte keine Röcke getragen, von daher passt das schon Achso Da hätten sie ja trotzdem draufhauen können Das macht man ja nicht Außer bei Schotten Weil die legen es drauf an, wenn die nichts drunter tragen Ja, das stimmt allerdings Da gebe ich Ihnen vollkommen recht Die wollen es nicht anders, ne? Die wollen das nicht anders Die haben da richtig Bock drauf Ich meine, warum macht man das sonst? Ja, weil es die Tradition ist Ich weiß gar nicht, woher das kommt mit dem Bild Das muss ich gestehen Das kann ich Ihnen nicht sagen Oh, da muss ich nachher mal Dr. Google fragen Aber ich meine, die Schotten, die haben ja schon Eier Weißt du, die wurden ja von den Engländern da so übernommen Und dann haben die jahrhundertelang Unabhängigkeitskrieg geführt Nur damit die weiter halbnackt rumlaufen dürfen Also ich finde das toll Ja, die haben ihre Prinzipien verteidigt Richtig Da kommt da der König Und sagt dies und das Er sagt, nein, ich will weiter meinen Kiel tragen Und meine Lieder singen Verschwinde Richtig Genau Ist auch richtig so Die könnten sich nur ein bisschen besser rasieren Wenn die so aussehen wie in einem Film Ich meine mit den Vollbärten? Ja Findest du nicht gut? Ja, es muss gepflegt sein Das ist richtig Einfach eine Wildwurrung ist nicht schön Da gebe ich ihnen recht Ne, da kann ich auch ein Vogelnest küssen Da habe ich mehr von Das ist gut, das merke ich mir Ist auch wahr Wenn die da so rumlaufen Da denkt man, wo bleibt der Kormoran, der sich da draufsetzt? Das stimmt allerdings Das ist natürlich auch nicht schlecht Das stimmt Das ist ja so philosophisch heute Eigentlich wollte ich heute den ganzen Tag schlafen und Cocktails trinken Okay Und jetzt? Und jetzt unterhalten wir uns über Geschichte und Philosophie Ja Und über halbnackte Männer und über ganz nackte Männer Und warum das bei uns nicht so ist Und warum andere Leute, wenn die halbnackt rumlaufen, den mit Stein in den Schädel einschlagen Sehen Sie? Wow Vielseitig interessiert, ne? Interessant Hat man selten, ja Weiß schon gar nicht mehr, warum wir überhaupt gesprochen hatten Es geht um Urlaub in Europa Ja stimmt, stimmt Wo waren Sie denn schon überall? Also ich war schon in Kroatien Auf der Insel Rad Dann war ich schon in Ungarn gewesen Ich war in Frankreich gewesen In London war ich schon gewesen Unten in Mallorca Auf der Insel Mallorca Aber auf der schönen Seite Nicht auf der Ballermann-Seite Weil die ist nicht schön Muss man wirklich sagen Auch wenn man gerne Party macht Italien unten am Gardasee war es schon gewesen Oder haben Sie da was mit zu tun? Da rief mich neulich so einer an Von so Ich weiß nicht Wer hat keine Nummer angezeigt Und sagt Ich habe eine Reise zum Gardasee gewonnen Aber ich habe nichts mehr gehört von denen Nachdem ich das Geld dahin geschickt habe Ach nee, oder? Doch Ich konnte mir das aussuchen Nach Paris oder zum Gardasee Okay, war da noch irgendwas hinten dran, Herr Fröhlich? Ne, Zeitung oder Lotto? Ja, der hat gesagt Ich muss Also ich habe die Reise gewonnen Für was weiß ich Wie viel, tausend Euro Und dann hat er gesagt Man muss da aber Gewinnsteuern bezahlen Weil man das ja gewonnen hat Und damit man das Damit man die halt nicht bezahlen muss Die sind klug Die haben das sich gut überlegt Kriegt man eine Zeitung Aber die habe ich auch noch nicht gekriegt Herr Fröhlich, eine Frage Haben Sie ja da Ihre Bankverbindung durchgegeben? Ich glaube schon Haben Sie da schon eine Abbuchung gehabt Auf Ihrem Konto? Ich habe noch nicht drauf geguckt Schauen Sie mal Dann machen Sie mal die Buchung rückgängig Weil Sie haben bis jetzt noch gar nichts schriftlich bekommen Und die haben Wenn dann schon abgebucht Sie können ja beim Lastschriftmandat Alles innerhalb von 6 bis 8 Wochen zurückbuchen müssen Also dann kriege ich ja die Reise nicht Naja, aber es gibt auch keine Gewinnsteuer Für solche Reisen, Herr Fröhlich Das stimmt überhaupt nicht Nein Und ich sage mal Wenn Sie was gewonnen haben Warum sollen Sie denn dafür dann noch was bezahlen? Oder eine Zeitung Ich muss ja auch Rundfunkgebühren bezahlen Obwohl ich den Scheiß gar nicht angucke Das ist leider gesetzlich Fankert Da haben wir Ne, es ist nicht gesetzlich Fankert Das stimmt nicht Ja, das müssen wir leider alle Das ist richtig Aber ich sage mal Wenn Sie was gewonnen haben Warum sollen Sie denn dafür dann irgendwas bezahlen? Entweder hat man die Möglichkeit Ihnen verbündlich Urlaub anzubieten Ja Oder Sie haben was gewonnen Das ist der Unterschied Achso, weil ich dachte Man muss ja auch bezahlen Wenn man was erbt Oder Das ist die Erbschaftssteuer Das ist wieder was ganz anderes Okay Und da hängt es auch davon ab Wie hoch die Erbschaftsmasse ist Und ob es noch aufgeteilt wird Und bei Geschwistern Oder wie das Testament verankert ist Das ist was ganz anderes Achso, Sie haben Ahnung von so vielen Sachen Das beeindruckt mich Dankeschön Wie kommt das, dass Sie im Callcenter sitzen? Sie müssten irgendwo im Büro sein Und alles managen Vielen Dank, Herr Fröhlich Es kommt daher, dass ich einen Meniskusschaden habe Und ich meinen alten Beruf nicht mehr ausüben kann Und ja Eigentlich bin ich gelärmter Fischfachverkäuferin Oh, cool Mhm Das ist so mein Leben Und ich bin halt auch sehr vielseitig Wissbegierig Schon seit ich zehn Jahre einbinde Interessiere ich mich für die Kirche von Ägypten Dann kamen die Griechen dazu Ingas, Mayas, Atlantis Solche Sachen Oh, das ist so toll Ja Ja Aber komm Vorharrlost man da nicht emotional und vom Kopf her in so einem Laden Nein Nein Wie gesagt, ich weiß Was Daydreams ist Das macht Spaß Das ist toll Und ich habe ja noch meinen Outreit Ich interessiere mich ja auch noch für die japanischen Sachen Ich liebe Animes und Mangas Oh, ich habe einen Katana Ah, okay Na, kein echtes, aber das ist trotzdem toll Ja, okay Und schauen sie auch Animes, Mangas Nee, das ist gar nicht mein Ding Ich mag eher so die Realfilme mit Samuralkram und sowas Weil die haben auch so hübsche Sachen Und oft pink und so Das stimmt, ja Das stimmt Ja Und ich mag halt das Gezeichnete, weil es halt wirklich noch Kunst ist Weil es halt Handarbeit noch ist Es ist handgezeichnet Das stimmt Und da wird halt auch so viel übermittelt Was halt heutzutage selbst Realfilme teilweise nicht schaffen Weil es einfach nur Schund ist Was heutzutage noch an Filmen produziert wird Es gibt selten noch gute Filme Ja Kino ist ja auch teuer geworden Das kommt ja noch dazu, ne Da gibt es ja gute Alternativen Zwinker, Zwinker Richtig Inzwischen Zwinker, Zwinker Nicht mehr ganz so Zwinker, Zwinker Aber ja, Amazon etc. Genau, ne Nee, davon rede ich gar nicht Ich wollte da noch einen Zwinker mehr hintersetzen Ja Ja, ich weiß, was ich meine Zwinker, Zwinker Genau Mal gucken Mal gucken, wer zuerst von uns die Hausdurchsuchung jetzt kriegt Vielleicht ist da ein schottischer Polizist dabei Tja, wenn der Mac irgendwas heißt, dann wäre das vielleicht unmöglich Oh, das wäre toll Ja Aber wir wollen es ja mal nicht drauf anlegen Die haben zwar auch Handschellen, aber es ist nicht ganz so schön Ja Naja, wenn sie ein bisschen Plüsch rum machen, geht es ja immer Ich glaube nicht, dass die das machen Ja, na, dann müssen sie vielleicht den Plüsch recht parat haben und sagen, gerne, wenn wir den Plüsch drum rum machen Oh, dann zeigen die mich noch an wegen Belästigung Warum? Na, wenn ich sage, hier, fessel mich mit der Plüsch und Schelle, du Luder Aber es ist ja angenehmer, bekommen sie ja keine Striegen dann an der Armgelenke Wer sagt denn, dass ich das nicht will? Das ist die andere Frage Na, dann brauchen sie auch keine Schoner In der Tat Das ist situationsbedingt Richtig, genau Schön, dass wir uns da einig sind Ja Nee, aber ich sage mal, ich verwahrlose hier nicht Es ist abwechslungsreich, ich habe nette Kollegen Es ist eine tolle Firma Und es macht auch Spaß, da eben mit Leuten auch ins Gespräch zu kommen Ja Na, und ab und an kann ich Ja, bitte Ich sage mal, ab und an habe ich dann noch jemanden, der Fisch begeistert ist Mit dem kann ich mich dann auch noch über Fische unterhalten So Das ist ja toll Dann haben Sie bestimmt ein Aquarium Nein, das habe ich nicht Weil ich nicht so eine große Wohnung habe, um so ein großes Aquarium unterzubringen Damit die Tiere artgerecht gehalten werden können Oh, das ist aber schade Ja, ich sage mal, wenn, dann wäre es auch ein Salzwasser-Aquarium Also wirklich so ein Ozean-Aquarium Und dann möchte ich da schon Exoten haben Das Problem ist auch, die, die ich haben möchte, sind in Deutschland verboten Selbst zum Verkauf Waschinkens Artenschutz-Übereinkommen Richtig Und das wird ja, es gibt ja auch jedes Jahr die neue rote Liste Wo eben immer aktualisiert wird Ja Wie, welche Tiere halt Oh, nee Die hat aufgelegt Leute, ich bin da echt unschuldig dran Ich hätte mich mit der noch eine Stunde unterhalten Und mal gucken, ob sie gleich zurückruft Oh, nee Jetzt bin ich aber echt traurig Das wäre ein legendärer Drei-Stunden-Anruf mit Dorian geworden Lasst mich mal hören, was ihr von Dorian so haltet Der wird sich natürlich noch weiterentwickeln Und da kommt noch was Aber die Frage ist halt, was da noch kommt Immerhin hatten wir heute schon mal nackte Schotten Halb nackte Römer